Startelf-Prediction zur Europameisterschaft. Wir sind in der Gruppe D mit Frankreich mit Diago 90. Bekommt ihr den Überblick über die EM. Frankreich steht vor einer toughen Europameisterschaft. Die Erwartungshaltung könnte höher nicht sein. Gleichzeitig wirft der Kader Fragen auf. Coman, Menon, Chouameni. Werden sie rechtzeitig fit? Wer entlastet Mbappé offensiv? Und wer startet in der Viererkette? Frankreich befindet sich inmitten einer goldenen Generation. Gleichzeitig steht mit dem Gewinn der Weltmeisterschaft 2018 nur, in Anführungsstrichen, ein großer Titel. Und das ist für die Masse an Talent viel zu wenig. Zuletzt gab es bei der WM 2022 die Finalniederlage in diesem epischen Endspiel gegen Argentinien. Die Quali, jetzt zur Europameisterschaft, die ging komplett souverän durch. Gruppenerster vor der Niederlande, vor Griechenland. Trainer ist nach wie vor Didier Deschamps. Der Weltmeistertrainer von 2018. Seit 2012 ist er mittlerweile im Amt. Erinnert so ein bisschen an Jogi Löw damals beim DFB. Und genau wie Löw vertraut er gerne alten Weggefährten. Bestes Beispiel ist jetzt die Berufung von N'Golo Kante. Der spielt mittlerweile in Saudi-Arabien. Und trotzdem bekommt er jetzt nochmal die Berufung für dieses große Turnier. Bei der Startelf fangen wir an mit dem Torwart. Und da gibt es eine klare Nummer 1. Das ist Mike Menon. Die Innenverteidigung ist spannend. Bei der WM vor anderthalb Jahren waren da noch Upamecano und Varane. Varane spielt mittlerweile gar nicht mehr für die französische Nationalmannschaft. Upamecano hat eine verdammt schwache Saison bei den Bayern hinter sich. Saliba von Arsenal ist da mittlerweile gesetzt. Und neben ihm Konaté vom FC Liverpool. Und das ist für mich auch gerade das Stärkste, was Frankreich da zu bieten hat. Auf den Außenverteidiger-Positionen stellt Deschamps gerne ein bisschen konservativer auf. Setzt da gerne Innenverteidiger. Problem, Lucas Hernandez, Linksverteidiger, hat sich jetzt verletzt. Sein Bruder Theo Hernandez, für mich grundsätzlich sogar die bessere Variante, ist fit und wird wohl starten. Auf Rechtsverteidiger ist die Frage, setzt er auf den offensiv starken Ex-Armin von Olympique Marseille, Jonathan Klos, oder eher auf die eigentlichen Innenverteidiger, Koundé oder Pavard. Ich gehe hier für Jules Koundé vom FC Barcelona. Lasst Diagon90 ein Abo da, um bestens informiert in die EM zu starten. Das Mittelfeldzentrum der Franzosen. Da gibt es einige sehr interessante Spieler. Allen voran Aurélien Chouameni, 24 Jahre, am Anfang seiner Karriere, trotzdem schon titelbepackt. Der Abräumer von Real Madrid, der da aber auch nicht immer Startelf gespielt hat und eben leicht angeschlagen in dieses große Turnier geht. Dazu Adrien Rabiot, der sehr solide spielt, der enorm viele Turniere mittlerweile auch für Deschamps abgerissen hat und deshalb auch noch so hoch im Kurs steht beim Trainer. Er wird wohl auch starten. Deswegen sitzt Warren Zaire Emery erstmal auf der Bank. Dieses Riesentalent der Franzosen und eben auch wahrscheinlich, und das ist schon Luxus, Eduardo Camavinga, der jetzt gerade erst mit Real Madrid die Champions League gewonnen hat. Etwas offensiver auf der mittlerweile 8. Position bei Frankreich. Antoine Griezmann hat da schon bei der WM 2022 klasse gespielt. Er kommt aus einer richtig starken Saison mit Atletico, 16 Tore, 6 Vorlagen in La Liga. Über der französischen Offensive schwebt die Frage, Kylian Mbappé, klar, nur was kommt dann? Kapitän, wieder Torschützenkönig in Frankreich, natürlich, jetzt zu Real Madrid. Er hat alle anderen, kann Zentrum spielen, kann Flügel spielen. Er ist der beste Spieler dieser Europameisterschaft. Die andere Flügelseite wird wahrscheinlich von Ousmane Dembélé besetzt. Kommt aus einer inkonstanten Spielzeit mit PSG. Erste Alternative wäre wohl Barcola, der ein starkes Saisonfinish hatte. Coman, die eigentliche Nummer 1 Variante, ist leider verletzt. Stark angeschlagen, ich glaube nicht, dass er am Anfang bei Deschamps in der Startelf stehen wird. Im Sturmzentrum hat Deschamps die Wahl zwischen dem sehr erfahrenen Olivier Giroud, für den es wohl die letzte große Bühne in Europa sein wird, und Marcus Thuram, der junge Spieler, der Ex-Gladbacher, der mit Inter Mailand jetzt Meister geworden ist und eine fantastische Saison gespielt hat. Ich denke trotzdem, dass Deschamps hier auf die Erfahrung von Giroud im Sturmzentrum setzt. Insgesamt lässt sich sagen, Frankreich wird nicht umsonst bei vielen als der Favorit der EM gesehen. In jeder Linie befindet sich ein Weltklasse-Spieler und man hat mit Mbappé eben diesen riesen Unterschiedsmacher, den kein anderes Team auf diesem ganz hohen Level in seinen Reihen hat. Auf der anderen Seite wirft der Kader aber auch viele Fragen auf. Was passiert mit der uneingespielten Verteidigung? Die Länderspiele zuletzt gegen Deutschland oder Chile haben gezeigt, dass Frankreich hinten sehr, sehr wackelig ist. Gleichzeitig muss es eben mit vielen verletzten oder zumindest angeschlagenen Spielern umgehen. Wie kriegt ihr schon das gemanagt? Ich denke, Frankreich wird sich mit knappen Siegen durch die Todesgruppe durch Lawinern, Niederlande, Österreich, Polen. Das ist in dieser Konstellation am Ende kein Problem. Die Qualität reicht locker fürs Halbfinale. Der ganz große Wurf, der wird allerdings nicht gelingen. Liked das Video und lasst ein Abo da für besten EM-Content. Vamos!